Die Grenzen sind zu. Wir schützen uns vor Ansteckung. Doch halt! Lassen sich Viren wirklich von Staatsgrenzen aufhalten? Wen sollen die geschlossenen Grenzen aufhalten? Menschen, die Sebastian Kurz schon seit 2016 draußen halten will, seit er verkündet hat, die Balkanroute sei geschlossen? Unter dem Vorwand, die Gesellschaft vor Corona zu schützen, hat Österreich die Einreise für Menschen auf der Flucht faktisch unmöglich gemacht. Ohne Gesundheitsattest keine Einreise. Ohne Einreise kein Asylverfahren. Wer kann schon ein Attest vorweisen, wenn sie nicht einmal Zugang zu Gesundheitsversorgung hat? Fluchtrouten kann man nicht schließen, sie verlagern sich nur. Denn Menschen auf der Flucht sind autonome Individuen, keine Ströme, die man steuern kann. Und alles, was Grenzübertritte erschwert, bringt Menschenleben in Gefahr und verschafft Schleppern höhere Einkommen. Die Situation auf den griechischen Inseln ist grausam. Auf den medialen Aufschrei müssen politische Maßnahmen folgen. Die Lager müssen aufgelöst und die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Doch über den Rest der Balkanroute, Bulgarien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien herrscht Schweigen. Auch hier sind die Grenzen geschlossen. Auch hier herrschen seit Corona strenge Ausgangsbeschränkungen. Und auch hier leben viele flüchtende Menschen unter schrecklichen Bedingungen. Bosnien und Herzegowina hat den Ausnahmezustand verhängt. Strenge Ausgangsbeschränkungen gelten. Für Menschen auf der Flucht heißt das, ein totales Verbot, die Einrichtungen, in denen sie leben, zu verlassen. Sie dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Es ist sogar verboten, sie im Auto mitzunehmen. Den Menschen auf der Flucht werden alle Möglichkeiten genommen, für sich zu sorgen. Sie dürfen Geschäfte nicht mehr betreten, können ihre Handys nicht mehr laden, keine Geldtransfers über Western Union erhalten. Auch für jene, die noch Geld haben, ist es nicht mehr möglich, sich in Hotels oder Pensionen einzumieten. Ärztinnen und Krankenpflegepersonal ist es nicht erlaubt, ihnen zu helfen, sie zu behandeln. Als Reaktion auf den Ausnahmezustand führt die Polizeiratschen durch. Die Menschen, die sie auf der Straße antrifft oder die in den Skorts leben, treibt sie zusammen, um sie in Lager zu bringen. Diese Lager sind überfüllt, die sanitären Einrichtungen massiv überlastet. Viele Menschen fliehen wieder aus den Lagern, weil sie sich dort nicht sicher fühlen. Für die Menschen, die noch außerhalb der Lager leben, wird die Situation immer schwieriger. Nahezu alle internationalen Freiwilligen haben das Land verlassen. Diejenigen, die noch dort sind, gemeinsam mit lokalen Freiwilligen, müssen unter der Wahrnehmungsschwelle der Polizei und den erschwerten Bedingungen durch die Corona-Maßnahmen arbeiten. Von ihren Landsleuten werden sie beschimpft und beschuldigt, das Virus mutwillig zu verbreiten. Sie versorgen die Menschen nicht nur mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln, sondern auch mit aktuellen Informationen und psychologischer Unterstützung. Im Kanton Unasana an der kroatischen Grenze ist die Situation besonders prekär. 7000 Menschen auf der Flucht halten sich dort auf. Nur für etwa 3000 gibt es feste Lager. Darum wurde außerhalb der Stadt Bihač ein Zeltlager errichtet. Wasserversorgung und Sanitäranlagen sind noch schlechter als in den festen Camps. Die Gefahr, sich in solchen Unterkünften mit Scabies oder Covid-19 zu infizieren, ist enorm hoch. Diese Menschenansammlungen auf engstem Raum ohne ausreichende Hygienemaßnahmen stellen eine Gefahr für alle dar und konterkarieren die in ganz Europa getroffenen strengen Isolations- und Schutzmaßnahmen. Seit vielen Jahren schon kommt es zu gewaltsamen Pushbacks an der kroatischen Grenze. Das heißt, Menschen werden bereits in Kroatien auf dem Gebiet der EU von der Polizei aufgegriffen und mit Gewalt zurückgeschickt, ohne die Möglichkeit um Asyl anzusuchen. Es wird ihnen alles genommen was sie haben, die Telefone zerstört. Die Organisation Border Violence Monitoring hat hunderte Fälle von Gewaltanwendungen dokumentiert. Das ist ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht mit Dulden der EU teilweise mit aktiver Beteiligung von Frontex. Nun mit der Corona-Krise wird die Grenzbewachung weiter verstärkt. No Name Kitchen berichtet von Pushbacks in den letzten Wochen, bei denen Menschen geschlagen wurden. Die Polizei stahl ihre Sachen und zwang sie in kaltes Flusswasser zu steigen. In Slowenien werden die Zäune entlang der Grenze verstärkt und es wird nun auch Militär eingesetzt, um Flüchtende zurückzutreiben. Border Violence Monitoring dokumentierte Kettenruckschiebungen von Slowenien bis Serbien. Seit der Covid-Krise ist die zuvor oft positive Stimmung in Bosnien gegenüber den Flüchtenden gekippt. Sie werden nur noch als Sicherheitsproblem, nicht mehr als Menschen gesehen. Auch in Serbien haben rechtsextreme rassistische Gruppierungen großen Zulauf zu verzeichnen. Sie organisieren Proteste gegen Flüchtende. Diese werden nachts von den Patrouillen der Rechten bedroht und verfolgt. Viele der Menschen sind oft jahrelang unterwegs. Sie haben alles aufgegeben, haben viele Gefahren überstanden, ihre Familien haben ihr gesamtes Geld in diese Reise investiert. Für sie gibt es kein Zurück mehr. Deshalb lassen sich Fluchtrouten nicht schließen. Die Menschen vor den Toren Europas haben ein Recht auf Frieden, Sicherheit, Gesundheit. Auch für sie gelten Menschenrechte. Pushbacks sind verboten. Ein Aussetzen des Asylrechts ist menschenrechtswidrig, auch während einer Pandemie. Weder in Lagern noch in Zeltcamps noch in den Squads sind Abstands- und Hygieneregeln, die wegen Covid-19 notwendig sind, einzuhalten. Wenn das erste Ziel ist, Menschenleben zu retten, dann muss das auch für die Menschen entlang der Balkanroute gelten. Auch für sie gilt, leave no one behind. No one is safe until all are safe. Nicht nur Covid-19 kann töten, auch Grenzen töten.